Die Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als das Böse, schrieb der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer. Als er diesen Satz zehn Jahre nach der Machtergreifung Adolf Hitler schrieb, spiegelten diese Worte harte, blutgetränkte Lektion wieder. Bonhoeffer gehörte zu einem kleinen Kreis des Widerstands gegen den Diktator in Deutschland und riskierte hierfür sein Leben. Es war eine dunkle Zeit in seinem Heimatland, die Welt befand sich im totalen Krieg und ein totalitäres Regime kontrollierte das Land. Bonhoeffer grübelte darüber nach, wie es dazu kommen konnte. Er dachte über das Wesen des Bösen nach, kam aber zu dem Schluss, dass nicht das Böse selbst der gefährlichste Feind des Guten war, vielmehr war es die Dummheit. Denn gegen das Böse könne man kämpfen. Das Böse gebe dem Menschen ein mulmiges Gefühl im Magen. Das Böse, so Bonhoeffer weiter, trägt den Keim seiner eigenen Zerstörung in sich. Gegen vorsätzliche Bosheit könne man immer Barrieren errichten, um ihre Ausbreitung zu verhindern. Gegen die Dummheit ist man hingegen wehrlos. Weder Proteste noch Gewalt können ihr etwas anhaben. Vernunft nützt nichts. Tatsachen, die den persönlichen Vorurteilen widersprechen, können einfach nicht geglaubt werden. Menschen, die sich ihrer geistigen Limitierung nicht bewusst sind, sind folglich, im Gegensatz zu bösen Menschen, völlig selbstzufrieden und sie können leicht gefährlich werden, denn es braucht nicht viel, um sie aggressiv zu machen. Deshalb ist bei ihnen größere Vorsicht geboten als bei einem böswilligen Menschen. Nachdem er diese Worte niedergeschrieben hatte, wurde Bonhoeffer bald darauf verhaftet. Zwei Jahre später starb er, hingerichtet von Nazi-Schergen in einem Konzentrationslager. Er lebte in einer Zeit, die heute wie eine völlig andere erscheint. Doch die Ideen, die er uns hinterlassen hat, sind in jedem Jahrhundert anwendbar. Denn die Dummheit ist nicht verschwunden, sie ist ewig. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Dummheit überwinden können, müssen wir versuchen, ihr Wesen zu verstehen, schreibt Bonhoeffer in seiner Abhandlung. Und das Wesen der Dummheit hat seine Wurzeln tief im Unbewussten. Sie wird von den grundlegenden Mechanismen der menschlichen Erfahrung angetrieben. Wie die antiken Philosophen feststellten, ist der Mensch ein soziales Tier. Und genau diese Geselligkeit ist die Grundlage der Dummheit. Wir stellen ferner fest, dass Menschen, die sich von anderen isoliert haben oder in Einsamkeit leben, diesen Defekt seltener aufweisen als Individuen oder Gruppen von Menschen, die zur Geselligkeit neigen und dazu verdammt sind. Und so scheint es, dass Dummheit vielleicht weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem ist. Dummheit ist ein Gruppenphänomen. Ein Einzelner kann sich dumm verhalten, aber das hat keine großen Auswirkungen auf das große Ganze. Wenn sich jedoch eine Gruppe dumm verhält, hat das große Auswirkungen auf den Einzelnen und verstärkt die gesamte Wirkung. In vielerlei Hinsicht fiel etwas, das ursprünglich positive Auswirkungen hatte, den Menschen am Ende in den Rücken. Die menschliche Natur ändert sich nicht im Laufe der Jahre. Die inneren Vorgänge des einzelnen Menschen sind dieselben wie die seiner entfernten Vorfahren, die vor 50.000 Jahren in der Savanne Afrikas lebten. Einige dieser inneren Prozesse reichen sogar noch weiter zurück, Millionen von Jahren in die Vergangenheit, als sich primitive Gehirne zu entwickeln begann. Es entwickelten sich zahlreiche Heuristiken, die den Menschen halfen, sich in der Welt zurechtzufinden. Unter diesen Heuristiken ist das Folgen der Herde wohl die bekannteste. Das macht Sinn. Wenn es an Informationen mangelt, ist es wahrscheinlich am besten, das zu tun, was andere tun. Leider klappt das nicht immer. In manchen Fällen kann dies aufgrund von kognitiven Verzerrungen zu schlechten Ergebnissen führen. Das Herdenverhalten ist einer der wichtigsten Ursachen für Dummheit. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben gezeigt, wie sich einzelne Menschen von der Masse zur Position hinreißen lassen, die jeder Logik widersprechen. In einer klassischen Untersuchung der menschlichen Dummheit untersuchte der Psychologe Solomon Esch, wie einzelne Menschen auf die umgebende Mehrheitsgruppe reagieren. Die Frage lautete wie folgt, passen sie sich der Meinung der Gruppe an oder schlagen sie ihren eigenen, konträren, aber letztendlich richtigen Weg ein? Die Ergebnisse waren verblüffend, aber unglaublich aufschlussreich, da sie zeigen, wie Dummheit entsteht. Im Laufe der zwölf Experimente zur Konformität haben sich etwa 75% der Teilnehmer mindestens einmal der Mehrheitsmeinung angeschlossen. Das bedeutet, dass drei Viertel der Studienteilnehmer allein durch den Gruppenzwang zu einer Antwort gedrängt wurden, die eindeutig falsch war. Diese Art von Prozess ist der Kern dessen, wie Dummheit das Böse aufkommen lässt. Die Macht des einen braucht die Dummheit des anderen. Der Prozess, der hier im Werk ist, besteht nicht darin, dass bestimmte menschlichen Fähigkeiten, zum Beispiel der Intellekt, plötzlich verkümmert oder versagen. Vielmehr scheint es so zu sein, dass der Mensch unter dem überwältigenden Einfluss der aufkommenden Macht seiner inneren Unabhängigkeit beraubt wird und mehr oder weniger bewusst darauf verzichtet, eine autonome Position gegenüber den entstehenden Verhältnissen einzunehmen. Alle Arten von Populisten, politischen Unternehmern und Schwindlern machen sich diesen mentalen Zustand der Massen zunutze. Ohne die Unterstützung durch die breite Masse der Gesellschaft wäre keiner dieser Machthungrigen in der Lage, an die Macht zu gelangen. Menschen, die von Dummheit überwältigt sind, handeln wie Besessene. Ihr logischer Teil des Gehirns ist abgeschaltet. Eine solche Person verhält sich dann wie ein politischer Zombie, bei dem jede Art von Logik oder Diskussion über Fakten versagt. Im Gespräch mit ihm hat man das Gefühl, dass man es gar nicht mit einem Menschen zu tun hat, sondern mit Parolen, Schlagwörtern und dergleichen, die von ihm Besitz ergriffen haben. Er steht unter einem Bann, ist verblendet und wird in seinem Wesen missbraucht. Der so zum willenlosen Werkzeug gewordene Dumme ist auch zu jedem übelfähig und zugleich unfähig ist als übel zu erkennen. Dummheit erleichtert den Prozess der Eroberung der Gesellschaft durch rückgratlose böse Kräfte. Es wird ein Narrativ geschaffen, das einfache Erklärungen für komplexe Probleme enthält und Lösungen und Sündenböcke anbietet. Wer dieser Standard-Orthodoxie nicht entspricht, wird zum anderen, zum Feind, der vernichtet werden muss, erklärt. Natürlich würden diese Geschichten nie etwas bedeuten, wenn die Menschen sie nicht glauben würde, leider tun sie es aber. Die Dummheit siegt über die Vernunft. Im 21. Jahrhundert entfaltet sich dieses innere Versagen des menschlichen Geistes im vollen Umfang. Im ersten Jahrzehnt führten kognitive Verzerrungen zur Entstehung von Wirtschaftsblasen, die zum Crash von 2008 führten. Im zweiten und dritten Jahrzehnt erleben wir, wie bösartige Kräfte von verschiedenen Seiten des politischen Spektrums die Welt als Ganzes in Beschlag nehmen. Während eine Kombination aus ideologischen Überzeugungstätern und politischen Schwätzern den Ansturm aufführt, wird all dies durch Dummheit begünstigt. Und Dietrich Bonhoeffer hat beobachtet, wie historische Kräfte und äußere Bedingungen das Problem der Dummheit verschärfen können. Die Überlegungen des Deutschen beschreiben die aktuelle Situation in den USA und der Welt perfekt. Selbst mehr als 70 Jahre später erhellen sie die Kräfte, die im Spiel sind. Die jüngsten Machtergreifungen haben bestimmte Teile der Bevölkerung mit einem großen Maß an Dummheit infiziert. Doch wenn man mit den einzelnen Akteuren mit Logik und Fakten argumentiert, kommt man nicht weiter. Ihre Gehirne sind verschlossen, gefangen in vorgefassten Meinungen und Vorurteilen. Wie Bonhoeffer merkte, ist es klüger, alle Versuche aufzugeben, die dumme Person zu überzeugen. Es ist zwecklos. Als Leon Festiger in den 1950er Jahren einen UFO-Kult untersuchte, stieß er auf eine merkwürdige Sache. Die Anführerin der Sekte, Dorothy Martin, eine Hausfrau aus Chicago, sagte voraus, dass die Welt am 21. Dezember 1954 untergehen würde. Da wir aber noch immer hier sind, ist es offensichtlich, dass diese Prophezeiung falsch war. Dennoch glaubten viele Menschen daran und versammelten sich an diesem schicksalhaften Tag in einem unscheinbaren Haus. Sie saßen dort und warten auf den jüngsten Tag. Zu ihrem großen Erstaunen kam er aber nicht. Als die Stunde des Weltuntergangs kam, geschah nichts. Was die Forscher, die sich in dieser Gruppe eingeschleust hatten, erstaunte, waren die Reaktion vieler Mitglieder. Angesichts dieser offensichtlichen Verneinung ihrer Überzeugungen, gaben viele der Gläubigen diese nicht auf. Stattdessen wurde ihr Glaube an Dorothy Martins Lügen noch stärker. Festiger und seine Forscherkollegen nannten dies den Backfire-Effekt. Wenn ihre tiefsten Überzeugungen durch widersprüchliche Beweise in Frage gestellt werden, werden ihre Überzeugungen noch stärker. Der Fall der verrückten UFO-Sekte ist jedoch nichts Ungewöhnliches. Diese Art von Prozessen spielen sich jeden Tag bei normalen Menschen ab. Gewöhnliche Menschen werden ständig mit Fakten konfrontiert, die beweisen, dass ihre liebgewonnenen Überzeugungen nicht wahr sind. Doch die meisten ignorieren sie einfach. Oder wie Friedrich Nietzsche sagen würde, die Charakterstärke einer Person erkennt man daran, wie viel Wahrheit diese Person ertragen kann. Dieser Effekt wird in der heutigen Zeit noch um ein Vielfaches verstärkt. Die Welt ist voll von Chaos. Es gibt so viele Falschinformationen, die als wichtige Informationen getarnt werden. Das verwirrt Menschen. Der Psychologe Erich Fromm, ein weiterer Deutsche, der die dunkle Zeiten des Nationalsozialismus erlebt hat, beschreibt es wie folgt. Das Ergebnis dieser Art von Einfluss ist zweierlei. Zum einen Skepsis und Zynismus gegenüber alledem, was gesagt und gedruckt wird. Zum anderen ein kindlicher Glaube an alles, was einem mit Autorität gesagt wird. Das wesentliche Ergebnis davon ist, dass wir uns davon abhalten, selbst zu denken und zu entscheiden. Der jüdischstämmige Fromm erlebte die Dummheit anderer Menschen an seiner eigenen Haut. Der Psychologe, der aus seiner Heimat fliehen musste, verbrachte sein Leben damit, das Verhalten von Menschen in chaotischen Zeiten zu untersuchen. Er vertrat die These, dass psychische Konflikte auf die Verwendung von mentalen Fluchtmechanismen durch den Einzelnen zurückzuführen sind. Fromm versuchte, die Gesetze zu verstehen, die die Gesundheit bestimmen. Er vertrat die Ansicht, dass die moderne Gesellschaft zwar Freiheit mit sich brachte, dass aber genau dies auch der Kern ihrer Zerstörung war. Die Menschen erhielten ein neues Gefühl der Unabhängigkeit, das sie jedoch mit Angst und Zweifel erfüllte. Die Menschen entfremden sich folglich und suchen bei anderen Gleichgesinnten ein Gefühl der Sicherheit. Das ist es auch, was den Aufstieg des Autoritarismus und anderer kranker Ideologien förderte. In gewisser Weise könnte man argumentieren, dass dieses Gefühl der Entfremdung zu einer Zunahme der Dummheit führt. Als Bonhoeffer in seiner Zelle saß und seine persönlichen Betrachtungen schrieb und auf seinen letzten Tag wartete, war die Welt um ihn herum im Wahnsinn gefangen. Für Bonhoeffer war die Dummheit nicht das Problem des Einzelnen. Vielmehr handelte es sich um Gruppen von Individuen, die zusammenkommen. Der Wahnsinn findet seine Kraft in der Menge. Oder um es in den Worten von Friedrich Nietzsche auszudrücken, bei Individuen ist der Wahnsinn selten, aber in Gruppen, Parteien, Nationen und Epochen ist er die Regel. Der Wahnsinn Untertitelung des ZDF, 2020